So, jetzt ist die nächste Fanpost da, die ist, denke ich mal, aus rein werbezwecklichen Gründen zu mir geschickt worden. Das ist schon die nächste. Mein altes Fanpost-Video, das wurde gelöscht, wegen pornografischen Inhalten, weil ich da halt ein Porno ausgepackt habe. Und ja, soviel zum Thema Zensur. Schau dort an Max, der hat sich in seinem alten Video, glaube ich, erst darüber ausführlich beschwert. Deswegen muss ich jetzt hier nichts dazu sagen. Viel Spaß. Einige Kleinigkeiten aus der Schweiz für dich. Unter anderem findest du Leckereien, die du sicherlich bereits kennst und die anderen werden dir nicht nur Geschmack, sondern auch Stimulation liefern. Übertreibe es nicht, wie sonst in deinem Leben, mit dem Wundermittel für deine kleine, schlaffe Krücke. Ansonsten, hf und gl, aichi.me, Webhosting-Service, nicht zu vergessen, zu besuchen. Okay. Ähm, ja, da habe ich recht gehabt, das ist wirklich aus Werbezwecken, aber im Endeffekt ist es mir scheißegal, solange es halt eine völlig legitime Fanpost ist. Geil. Ist das ein Teufel? Geil. Okay. Was ist das? Hier ist Klebewand. Nein. Muss ich das erstmal jetzt genau. So. Klebewand macht mich immer ein bisschen verrückt. Eie. Okay. Was steht hier auf dem Zettel? Pipi und Vagina. So. Äh, hm, naja. Okay. Hm. Orrrr. Marrrr. Pfand. So. Äh, was haben wir hier? Äh, ein Stück Heimat aus der Schweiz. Ich habe hier immer Angst, dass eine Spinne drin ist. Nein, jetzt sage ich lieber nicht. Ähm, okay. Moment. So, was haben wir hier? Äh, okay. Ach, das ist hier Schweizer Schokolade. Geil. Okay. Äh. Hui. Na ja, okay. Hm. Was ist das? Oh, Junge. Was ist ein Fick. Mundpflege für sicheren Atem. Äh, ich werde mir vornehmen, aus dem letzten Scheiß, der mir auch geschickt wird, äh, etwas Produktives zu gestalten. Das Snickers Registra ist schon etwas angeschmolzen. Das spüre ich, aber das ist scheißegal. Ähm. Was ist das? Oh, Junge. Na, okay. So, weitere Snickers Riegel. Haha. Snickers. Amen.